Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Hard News, der News-Serie rund um die Kooperation zwischen der FH-Ioneum und den Special Olympics World Winter Games 2017. Wie versprochen dreht sich in der heutigen Folge alles um den Studiengang Radiologie-Technologie. Wir schalten dazu zu unserer Außenreporterin Julia Putzka. Julia, mit wem wirst du dich heute unterhalten? Ich bin heute am Institut für Radiologie-Technologie. Ich werde ein Interview mit Frau Steffens führen und außerdem ein paar Studenten des Studiengangs treffen. Ja, guten Tag Frau Steffens, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen heute für das Interview. Ich möchte gleich mit einer ganz grundlegenden Frage anfangen. Was ist überhaupt Knochendichte-Messung? Knochendichte-Messung ist ein Verfahren, um den Mineralsalzgehalt des Knochens zu bestimmen und damit die Stabilität des Knochens vorhersagen zu können. Okay, und mit was für Technologien werden Sie bei den Special Olympics arbeiten? Nachdem es ethisch nicht vertretbar ist, ionisierende Strahlung anzuwenden, werden wir ein alternatives Verfahren verwenden, nämlich Ultraschallsonometrie, wo eben Ultraschall zur Messung der Knochenmineraldichte herangezogen wird. Man muss dazu festhalten, es ist kein medizinisch etabliertes Verfahren, weil die Messwerte des Ultraschalls nicht mit denen dieser TXA-Methode vergleichbar sind. Aber im Rahmen eines Screenings kann man sehr wohl Risikofaktoren einer verringerten Knochenmineraldichte feststellen. Und was für Kosten entstehen eigentlich bei einer solchen Untersuchung? Von wem werden die getragen? Also die Geräte werden von Special Olympics zur Verfügung gestellt. Also Gerätekosten entstehen keine für uns an der FH-Journeum. Wir als FH-Journeum dürfen sozusagen die Personalressourcen zur Verfügung stellen. Meine Kollegin und ich werden als Supervisor agieren und unsere Studierenden werden uns dabei unterstützen. Okay, ihr wart auch schon bei den Special Olympics bei den Pre-Games im Dezember. Was habt ihr dort für Erfahrungen gemacht? Nein, nachdem das Gerät leider nicht funktioniert hat, haben wir uns eben anderweitig eingebracht. Also ich war zum Beispiel bei der Blutdruckstation und habe dann den Blutdruck eben aufgeschrieben und so halt auch Kontakt schon zu den Special Olympics Athleten gehabt eigentlich. Obwohl das Gerät nicht funktioniert hat. Hast du auch irgendwelche Erfahrungen gemacht mit den Athleten selber, wie sie reagieren? Wir haben von unseren Kollegen gehört, dass das alles sehr emotional ist. Kannst du dazu was erzählen? Also ich war dann auch als Springer. Also ich war sozusagen als Springer dann eingeteilt. Ich habe jedes Mal, wenn ich dann gesehen habe, da will jetzt hier eine Gruppe, der kann vielleicht irgendwie zum Stau kommen. Dann habe ich mich dort hingestellt, habe gefragt, ob ich weiterhelfen kann. Und die Athleten waren alle sehr, sehr offen, sehr freundlich. Und die haben einen kleinen mit reingezogen. Also sehr angenehm mit denen, ja. Was motiviert dich dazu, bei den Spielen mitzumachen? Freiwillige Arbeit für hilfsbedürftige Menschen ist für mich schon immer in meinem Leben wichtig gewesen. Und in dem Fall war das eine gute Möglichkeit, den Erfahrungsschatz zu erweitern. Mit der Knochendichtemessung leistet also auch der Studiengang Radiologie Technologie einen wichtigen Beitrag zum Herzschlag. Hiermit zurück ins Studio. Vielen Dank Julia und vielen Dank an deine Interviewpartner. Wir sind damit wieder am Ende von Hard News und freuen uns, Sie in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, die sich mit dem Studiengang Informationsmanagement beschäftigt. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.